Hey Skatfreunde, ich bin's wieder, Daniel, und ich möchte euch heute mal eine sehr interessante Skatvariante vorstellen, die besonders gut geeignet ist für fortgeschrittene Spieler, um ihr Spiel weiter zu verfeinern, um die nächste Stufe beim Skat zu erreichen. Gemeint ist Skat en deux, französisch, also Skat zu zweit, die Variante hat aber nichts gemeinsam mit dem Bauern- oder dem Offiziersskat, wie ich es noch von früher kenne. Beim Skat en deux gelten die ganz normalen Regeln, mit der Ausnahme, dass ihr nur zu zweit seid und entsprechend eine Hand quasi von einem Dummy sitzt, der erstmal nicht mitspielt und der dann im Spielverlauf durch die Gegenpartei mitgeführt wird. Das bedeutet, beim en deux werden die Karten relativ schnell aufgedeckt, zumindest die von dem Dummy-Spieler, und dadurch ist im Prinzip die Verteilung offen und es entwickelt sich ein schachähnlicher offener Schlagabtausch, der dann zu ganz anderen Spielverläufen führt, zu eher Stellungsspiel, Trumpfgabelspiel, es wird auch kreativ mal gedrückt, also da kommen ganz interessante Geschichten bei raus, die man dann, aus denen man dann auch für den echt Skat gute Erkenntnisse gewinnen kann. Warum seht ihr im Hintergrund die Webseite von Euroskat? Na klar, das ist das Portal, auf dem ich euch das en deux gleich etwas näher bringen möchte. Ihr könnt en deux auch mit echten Karten spielen, weil die Ausrichtung allerdings etwas defensiver ist, werdet ihr eine ganze Menge Spiele einpassen und mit echten Karten ganz schön viel Zeit mit Mischen verbringen, deswegen besonders eignet sich das en deux hervorragend, online gespielt zu werden. Ich darf und möchte euch auch einmal Euroskat etwas näher bringen und ans Herz legen, Euroskat ist neben der Skatinsel natürlich mit Abstand mein Lieblingsportal für Online-Skat, aus den verschiedensten Gründen. Erstens mal gibt es ein unglaublich breites und vielfältiges Skatangebot von früh bis spät, ihr könnt dort Turniere spielen, ihr könnt kürzere Duelle spielen, ihr könnt diese spannende en deux Variante ausprobieren oder auch Cent-Skat spielen, es gibt Ranglisten, es gibt Jackpots, ihr könnt mit Geld spielen oder ohne, es ist wirklich für jeden Skat-Spieler was dabei. Noch wichtiger allerdings ist mir zumindest, hinter Euroskat steht ein Team aus wirklich begeisterten Skat-Spielern, die Chefin Rosita macht sich auf die unterschiedlichste Weise für den Skat stark, sie ist Präsidentin der Ispa World und sie hat hier mit Euroskat ein Portal aufgebaut, was auch besonders dafür steht, dass es rund um die Uhr eine persönliche Betreuung, persönliche Einsprechpartner gibt und gerade beim Online-Skat, wo dann auch mal die Internetverbindung abreißt oder langsam ist oder die Spieler sich so oder so auch mal in die Haare kriegen, da ist das, finde ich, ein ganz toller Service, dass dort immer jemand für euch da ist. Genug vorweg geredet, jetzt soll es mal losgehen, ich melde mich an bei Euroskat mit meinem Benutzernamen Ariel, begebe mich in den Fun-Bereich und dort öffne ich jetzt einen Tisch, en deux Open, neun Spiele, ein Satz, ein ganzer Fun-Dollar. En deux Open bedeutet hier, es gibt zusätzlich für ein gewonnenes Spiel 50 Plus-Punkte und für ein verlorenes Spiel 50 Minuspunkte, die ganz normal bekannte Abrechnung und ich bin hier verabredet mit Susi, meinem Sonnenschein, um euch diese interessante Variante etwas näher zu bringen. Der erste Eindruck, es sieht aus wie eine ganz normale Liste Online-Skat, mit dem einen Unterschied, dass oben nur zwei Namen stehen und auch wenn die Karten dann verteilt werden, sieht erstmal alles ganz normal aus. Ich schaue hier in meine zehn Karten, in der Mitte liegt der Skat, Susi schaut in ihre zehn Karten und der Unterschied zum echten Online-Skat ist nur der, dass hier links zehn Karten liegen, die noch niemandem gehören. Gereinfachheit halber sage ich einfach mal, Oma, bitte übernimm du mal diese zehn Karten, das ist auch gar nicht abwertend gemeint, meine Oma war eine hervorragende Brit-Spielerin, insofern kann sie wunderbar die Karten führen, Oma, mit Reizen darfst du an der Position jetzt allerdings nicht. Das bedeutet, Susi beginnt das Reizen und sie passt, mein Blatt ist natürlich auch nicht besonders tolle und gerade beim En Deux, wo die Oma nicht mitreizen darf und dann auch mal mit drei oder vier Buben passen muss, sollte man die Sache besonders vorsichtig angehen, also steige ich natürlich auch aus. Beim zweiten Spiel hat sich jetzt geändert, dass ich in Hinterhand bin und die Karten der Oma entsprechend auf der rechten Seite finde, das nur mal vorweg, ansonsten hat sich natürlich auch die Lage deutlich verbessert, ich habe jetzt eine schöne Ausgangskarte mit zwei Buben, zwei Assen und zwei Zehnern, da sage ich natürlich 18, werde auch gleich Besitzer und habe in dem Fall jetzt nicht besonders gut gefunden, aber habe ja ein schönes Kreuzspiel in der Hand. Eine Besonderheit beim En Deux, die Karten der Oma werden nach dem ersten Stich aufgedeckt, sind dann also auch dem Gegenspieler bekannt, sodass er auf die zwölf Karten schließen kann, die ihr in der Hand habt und insofern wird er auch eine Vermutung anstellen, was ihr wohl drücken werdet. Deswegen, gerade wenn es nicht ein richtig gutes Spiel ist, wenn es ein bisschen am Seidenfaden hängt, solltet ihr hier kreativ drücken, nicht immer das Erwartbare tun und bringt damit noch einen gewissen Überraschungsmoment in die Karte. Ich drücke jetzt hier die Herzdame und die Karo 7, halt mal den Karo König mit im Blatt und spiele den Kreuz und Susi muss die erste Karte jetzt ganz normal verdeckt spielen, auch sie kennt die Karten der Oma in dem Moment noch nicht. Erst nachdem sie jetzt die Pik 9 ausgespielt hat, werden für sie die Karten der Oma aufgedeckt, denn Susi führt jetzt diese Karte, spielt also beide Hände und muss ja jetzt entsprechend eine Karte dazulegen. Wenn sie sich hier entscheidet und die Pik 8 legt, bleibt es für mich im ersten Stich noch verdeckt, das heißt ich muss den ersten Stich noch vollständigen, ohne die Verteilung zu kennen, lege entsprechend jetzt hier das Pik Ass und erst dann klappt die Karte der Oma auch für mich sichtbar auf, so dass wir jetzt diesen offenen Schlagabtausch haben. Ich kenne die zehn Karten der Oma und die von Susi und sie kennt zumindest meine zwölf Karten, weiß halt nur noch nicht, was gedrückt ist. Ich schaue jetzt natürlich zunächst mal, wie steht die Karte, wie sind die Chancen für mein Spiel und tja, das lässt sich sagen, muss ich natürlich erschrecken, die Oma hat nur die Kreuz 7, das heißt Susi hat fünf Trümpfe dagegen, auch die Pik 10 läuft nicht, denn die Oma hat Dame und König, auch Herz Ass 10 bei der Oma, also nur Karo 10 bei Susi. Dieses Spiel hat natürlich überhaupt keine Chance und ich könnte jetzt hier auch direkt aufgeben, wollte euch aber noch ein paar Stiche zeigen, wie das Spiel funktioniert. Die Karte der Oma wird eben immer von Susi geführt, ich spiele ganz normal Skat, nun ist es allerdings so, dieses Spiel ist nun so hoffnungslos, dass ich jetzt, nachdem Susi hier jetzt clever Trumpf oben und unten spielt, mich dann entschlossen hat, direkt das Handtuch zu werfen, man kann dann also hier auch einfach aufgeben und das ist natürlich auch mal was besonderes, ich habe mich hier mehr aufs Video konzentriert, gar nicht mitgezählt und habe es jetzt hier geschafft, beim En Deux bei einem Spiel Schneider zu bleiben und das wäre natürlich nicht unbedingt nötig gewesen, hätte ich einfach direkt nach dem ersten Stich aufgegeben. So, wir lassen uns nicht beirren, es folgt das nächste Spiel, Susi passt und ich habe wieder so einen durchwachsenen Ansatz in Vorhand, also zumindest beim En Deux sind natürlich noch zwei Asse und die drei oberen Buben, die fehlen schon ein gewisses Risiko, aber die Ausgangssituation ist ja nicht so schlecht, also steige ich ein und, ja was soll ich sagen, mit Pik König und 8 finde ich wieder nicht so besonders und jetzt hätte ich natürlich die unterschiedlichsten Varianten, das Spiel zu drücken, 10 Augen in Herz, 14 Augen in Karo oder sogar 20 Augen, weil ich aber das Spiel nicht so stark einschätze und schon gegen 4 Trumpf aufwärts auch ein Trumpf voller gefährdet ist, will ich hier wieder so ein bisschen quer drücken, es den Gegenspielern schwer machen, wie die Karte steht und drückt deswegen mal so ganz krumm Herz 10 und Kreuz König, das würde man beim echten Skat sicher nicht so machen. So, ich öffne die mit einem Trumpf, die Karte geht auf und was sehe ich, déjà vu, es sind wieder fünf Trümpfe bei Susi, die Oma hat diesmal nur den Pik Buben, insofern auch dieses Spiel von Anfang an wieder unter keinen guten Voraussetzungen, auch wenn ich natürlich ebenso sehen kann, dass die Kreuz 10 lang steht. Dann sehe ich natürlich auch, Susi hat eine leichte Möglichkeit, die Kreuz 10 zumindest abzuschmeißen, wenn sie das Herz-Ass zieht und auf den nächsten Herz, dann könnte sie mein Kreuz-Ass zurückstechen, allerdings weiß sie natürlich jetzt noch gar nicht, wie ich gedrückt habe und wenn ich dann zwei Herz gedrückt hätte, würde ich nicht nur das Herz-Ass stechen, sondern auch noch Kreuz-Ass und 10 ziehen, nach Hause bekommen, hätte das Spiel leicht gewonnen. Dieses Risiko will Susi hier ganz zu Recht nicht eingehen, sie gibt die verlorene Kreuz 10 lieber direkt auf und jetzt muss ich mit meinem Elend selber antreten. Ich nutze jetzt hier die Chance, um noch so ein bisschen sie im Trüben fischen zu lassen, erst mal mit der Kreuz-Dame, aber Susi schmeißt ab und jetzt stehe ich selber hier wieder. Sollte vielleicht die Herz 7 spielen, wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger machen, aber Susi nimmt auch so direkt raus, sie ahnt wohl, dass ich hier 20 gedrückt habe oder vermutet das und gerade das gibt mir jetzt hier auch die Chance, noch mal mit der Karo 10 einen Stich zu machen. Letztlich ist es aber ein Pyros-Sieg, es nützt mir alles nichts, wenn Susi aufgepasst hat, dann wird sie dieses Spiel schlagen. Sie steht jetzt noch auf den zwei höheren Buben und zwei Trumpf-Luschen. Wenn sie hier jetzt allerdings den Fehler macht, den Pik-König laufen zu lassen, dann kann ich ihr noch einen Trumpf-Hollen anbieten, dann werden ihr diese Augen fehlen und ich habe noch knapp gewonnen, das passiert so aber nicht. Susi hat aufgepasst, nimmt hier mit und spielt mich mit Trumpf zurück. Jetzt kann ich nur noch die elf Augen des Trumpf-Asses nach Hause bekommen, will hier aber noch ein bisschen Show machen, noch einen extra Stich generieren, obwohl der im Zweifel sogar ein Auge wieder kostet und nehme erst mal mit der Acht mit. Ja, wie auch immer, am Ende habe ich 59 und stehe 0 zu 2, willkommen beim En Deux, so schnell kann das da gehen. Macht ja nichts, die Show geht weiter und jetzt habe ich in der Hinterhand wieder so einen durchwachsenen Ansatz. Sechs mal Trumpf, ein Ass, eine 10 zu drücken, könnte auch 0 werden. Also ja, natürlich sage ich 18 und jetzt finde ich auch das erste Mal vernünftig mit Herz Bube, kann jetzt 14 Augen drücken und habe einen wunderschönen Siebentrümpfer Karo und den spiele ich hier einmal offen. Einmal offen bedeutet, nach dem ersten Stich werden die Karten, meine Karten, für Susi aufgedeckt, das heißt, dann sieht sie auch, was ich gedrückt habe und es ist ein bisschen leichter für sie zu kombinieren, sie muss nicht mehr ihre Vorstellungskraft bemühen. Und sie spielt jetzt wieder mal verdeckt die erste Karte und dann ganz typisch Kreuz 7 und 9, da will sie mich auf den Arm nehmen. Ja, es heißt ja, wer abschmeißt, verliert, andererseits weniger als 0 Augen werden da nie liegen und da ich auch ein Kreuz Buben nicht habe, um von oben zu ziehen, kann ich sowieso nicht verhindern, falls das Pik Ass irgendwo mir auf Abstich steht. Deswegen schmeiße ich hier die Pik 7 ab, das ist sicher auch richtig und dann geht die Karte auf und tatsächlich sehe ich dort schon wieder die Katastrophe, es stehen 4 mal Pik vor mir, mein Pik Ass wird jetzt gleich über den Jordan gehen, Pik 10, Pik Ass eingestochen mit dem Trumpf Ass und Susi hätte jetzt verschiedene Varianten, sie macht es aber ganz einfach, spielt einfach auf 2 Augen rüber, auf Trumpf 34 Augen, auf Pik König, Pik Lusche wird jetzt die fehlende 10 gewimmelt, auf 48 und jetzt macht der Pik Bube noch einen Stich und im Prinzip hat Susi hier jetzt sogar noch ein Ass über, sie kann ja nur eins wimmeln und ich muss hier das nächste Spiel abschreiben, 0 zu 3 gestartet beim En Deux, jetzt bin ich auch wirklich erstmal bedient und diese schwachen Ansätze, die jetzt kommen, die werden erstmal von mir eingepasst und das ist dieses typische, dass beim En Deux auch das eine oder andere Spiel einfach gepasst wird. Nun sind wir schon im achten Spiel, ich habe nichts abbekommen, aber zum Glück greift Susi jetzt auch noch mal ins Geschehen ein, sodass wir jetzt auch einmal als Gegenspieler uns die Geschichte angucken können. Susi tauft Caro und spielt mit das Herz Ass aus, danach werden die Karten der Oma für mich aufgedeckt und ich kann nicht nur die Karten sehen, sondern muss auch gleich die Karte belegen. Jetzt schau ich mir natürlich erstmal an, was hat Susi da? Sie hat einen Sechstrümpfer, das Herz Ass ist blank, sie hat noch das Kreuz Ass bestellt dabei und den Pik König zu dritt, da wird sie wohl zwei von gedrückt haben. Ganz typisch hier das Herz Ass, sie schickt es als Speer vorweg, denn sie sieht ja am Anfang die Karte der Oma noch nicht, nach dem ersten Stich dann allerdings schon und das kann sie sich relativ entspannt leisten, denn die Chance, dass nun sechs Herz in einer Hand sitzen und ihr das Ass direkt abgestochen wird, die ist doch relativ gering, so hat sie dann die Möglichkeit zu sehen, wie die Trümpfe stehen und zu entscheiden, wie sie das Spiel am besten fortsetzt. Es sitzt ja nun alles glatt, also spielt sie kleinen Trumpf, ich komme mit dem Herz Buben ran, ich könnte jetzt vielleicht Pik spielen, um die Lusche abzuholen, Eier stattdessen hier noch ein bisschen in den Herzen rum, um wenigstens hier noch so einen kleinen Überstich zu fabrizieren, auch wenn der natürlich auch nicht besonders viel wert ist, denn jetzt stehen die Resttrümpfe 1 zu 1. Ich spiele jetzt das Pik Ass, um zu schauen, ist jetzt die Pik Lusche noch in der Hand oder ist es die Kreuz Lusche? Das Pik Ass wird hier gestochen, es sind also tatsächlich zwei Pik im Skat, das bedeutet, wir bekommen jetzt noch einen Stich auf die natürlich vorhandene Kreuz Lusche und wenn dann alles klar ist, dann kann man das Spiel auch schnell aufgeben und zum nächsten übergehen. Es folgt das letzte Spiel, werde ich noch ein Erfolgserlebnis feiern können? Ja, es sieht zumindest so aus, mit drei Buben und einem Ass gehe ich natürlich noch mal schauen und finde wieder nicht besonders toll, bin jetzt aber optimistisch genug mit 20 Augen im Keller diesen Karo auch doppelt offen zu spielen, das bedeutet direkt schon vor meinem Ausspiel werden die Karten auch für Susi sichtbar aufgeklappt, das mache ich natürlich auch deswegen, weil die Drückung von 20 Augen sowieso recht offensichtlich ist und weil das Spiel bei einer glatten Trumpfverteilung gewonnen wird, es sei denn, es kommt noch zu weiteren Über- oder Abstichen. Jetzt sitzt es aber tatsächlich einmal gut für mich, sogar so gut, dass ich beide Trumpfrollen erobern kann. Ich hätte hier aber auch, ohne das Trumpfass zu bekommen, mindestens 61 bekommen, denn es können nur 3x15 und 1x14 fallen und ja, so habe ich dann tatsächlich in dieser Liste auch noch ein Spiel gewonnen und ja, 500 Punkte, fast Unterschied, hat mich Susi ordentlich nach Hause geschickt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Liste wie Susi und ihr konntet vielleicht sehen, diese Geschichten einmal offen, doppelt offen, kreatives Drücken, nicht immer Trumpf spielen, sondern auch in Gabeln versuchen, was aufzubauen, ein bisschen die Karte zu verschleiern, das gibt so viele spannende Elemente beim Skat en Deux, die das echte Skat so nicht bietet und die euch auch einen guten Erkenntnisgewinn allerdings für das echte Skat liefern können, das solltet ihr mal ausprobieren, da lässt sich noch einiges für euch rausziehen. Dann hoffe ich, dass ich euch hier einen ganz guten Eindruck vom Skat en Deux von dieser interessanten Variante für zwei Spieler vermitteln konnte. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht und euer Interesse geweckt und ihr werdet das ganze mal ausprobieren. Spielt dann am besten mit euren Freunden, mit euren Bekannten und wenn ihr es online spielen wollt, dann startet optimalerweise im Fun-Bereich. Wenn ihr doch die Nervenkitzel sucht und ein bisschen um Geld spielen wollt, dann wählt bitte kleine Einsätze, denn gerade beim en Deux, wenn ihr da an die guten Spieler geratet, die nahezu fehlerfrei spielen, kann das ganze sonst schnell recht teuer werden, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich hoffe auch, dass ich euch einen guten Eindruck von Euroskat vermitteln konnte, der Partnerplattform der Skatinsel. Wenn ihr euch auf der Skatinsel für Online-Skat registriert habt, könnt ihr euch mit den gleichen Benutzerdaten auch bei Euroskat anmelden und dort das en Deux ausprobieren, umgekehrt geht das gleiche. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen, wenn es wieder mit echten Karten an echtes Kartpuzzle rangehen soll, bis dahin wünsche ich euch guten Blatt!